In diesem Video geht es um Tod. Ich erzähle dir alles über den Gott der Weisheit und Schutzpatron der Schreiber. Tod ist eine wichtige Gottheit in der alten ägyptischen Religion. Er wird oft als Ibis dargestellt, ein Vogel, der in Ägypten heimisch ist, oder als ein Mann, der mit dem Kopf eines Ibises. Das ist das Schriftsystem, das die alten Ägypter verwendet haben. Tod gilt als Gott der Weisheit des Schreibens, Objekte oder Ideen. Er ist auch der Schutzpatron der Schreiber. Durch die Erfindung der Hieroglyphen hat Tod der Menschheit die Möglichkeit gegeben, Wissen zu dokumentieren und weiterzugeben. Tod wird oft mit Magie in Verbindung gebracht. Die alten Ägypter glaubten, dass er durch sein Wissen über Worte und Schriften die Kontrolle über die physische Welt haben könnte. Er war derjenige, der den Zauber formulierte, der die Sonnenbarke des Sonnengottes Ra sicher durch die Unterwelt steuerte. In der magischen Welt der alten Ägypter war Tod ein wichtiger Akteur. Tod hatte noch eine weitere wichtige Rolle. Er fungierte als Schiedsrichter oder Schlichter, wenn die Götter einen Streit hatten. Eine bekannte Geschichte ist der Streit zwischen Horus und Seth um den Thron von Ägypten. Tod half, den Streit zu lösen und stellte sicher, dass das Recht eingehalten wurde. Damit verkörperte er die Idee der Gerechtigkeit und der Ordnung. In späteren Perioden der ägyptischen Geschichte wurde Tod auch als Mondgott verehrt. Er war dafür verantwortlich, die Zeit zu messen und den Kalender zu erstellen. Der ägyptische Kalender war sehr präzise und berücksichtigte sowohl die Bewegungen der Sonne als auch des Mondes. Dies unterstreicht wiederum Tods Rolle als Gott der Weisheit und des Wissens. Tod war im alten Ägypten sehr verehrt. Er war der Schutzpatron der Schreiber und weil Schreiber in der ägyptischen Gesellschaft sehr wichtig waren, hatte Tod einen hohen Status. Es gab viele Tempel, die ihm gewidmet waren und seine Bilder und Symbole sind in vielen ägyptischen Kunstwerken zu finden.